Hallo meine lieben Freundinnen, ich bin Lisa Hirdina. Ich nehme hier gerade ein Buch auf für den Argon Verlag und das Buch heißt Girlhood von Melissa Phoebus. Es ist wirklich großartig. Es besteht aus mehreren Essays oder Essays. Ich weiß nie, wie man es ausspricht. Das eine klingt mehr Deutsch-Essay, das andere Essay-Englisch. Wahrscheinlich ist beides falsch. Es ist jedenfalls haarscharf, rattenscharf, messerscharf, Haarkante oder Oberkante, Lippe. Analysiert von Melissa Phoebus, warum und wie vor allem das Patriarchat und der Kapitalismus uns Frauen, weiblich gelesenen Personen in der Kindheit und Jugend ins Hirn geschissen hat. Im Sinne von wie wir konditioniert sind, wie wir erzogen worden sind und wie das noch heute in uns steckt. Und das verknüpft sie mit autobiografischen Einsprengseln, mit Popkultur, mit Literatur, mit historischen Quellen, es ist wirklich bombastisch krass. Also wenn euch Untenrum frei von Margarete Stukowski gefallen hat, dann wird euch dieses Buch wegfetzen.